So Leute, wir sind hier mitten im Einsatz, suchen einer vermissten Person. Mit dabei ist der Enning wieder, natürlich. Servus. Judy Waters. Die Frage ist, wo ist der zweite Teil? Also, dass der, der dort einzeichnet ist, gell? Mhm. Okay, du hast das geschafft, anscheinend. Nein, da hören wir nicht. Das sind keine Monster, Mr. Bellessi. Ich werde nochmal versuchen, Sie zu überzeugen. Judy, das ist eine Story. Egal, ob Sie überzeugen. Das ist wieder aus. Hören Sie, Sie müssen dafür nicht zählen, aber wenn Sie mir einen Ratbeweis liefern können. Aber das ist ja drüben, oder? Wie kommen wir denn rüber? Ah, da kann man rüber gehen. Ah, da kann ich mir einen Ratbeweis machen. Das ist doch noch nicht. Das ist immer noch ein Aufmerksamkeit. Das ist ja, ich bin mir aufmerksam. Das ist ja, ich bin mir aufmerksam. Das ist nicht aufmerksam. Wie kommt denn? Ich bin mir aufmerksam. Oha. Ah, Untersuchung. Okay, drittes Echo. In der Nähe. Hast du's? Hatta war das. Feindlich gesehen. Tja. Dafür hast du ja mich. Das ist die Lage. Wir haben kein Heilmittel und wir müssen die Aktionäre zufrieden stellen. Wir treffen eine Einrichtung. Aber im Moment ist ganz genau zu handeln. Das ist besser für alle. Ich dachte, man könnte vielleicht die Menschlichkeit voranstellen. Und ich denke an ihre Zukunft, zu denen das hier vorbei ist. Ist da schon was kunden? Was? Ich hab schon untersucht, ja. Ach so. Ach so. Aktives Echo Signal geortet. Was? Miss Waters. Bleiben Sie bitte. Los! Was zur Hölle geht da drüben vor? Was zur Hölle geht da drüben vor? In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. An unserer Notruftelefonisten sind im Gespräch. Wenn wir virale Schüttel vorzunehmen. Ich muss sie nicht verspüren. Auf jeden Fall. Was ist die Wart von meinen Augen kassend? An der Fall bleiben Sie in der Ladung? Link, ohne Sehnen die Gruppe, die Gefühle gestreut. Vielleicht treiben wir das mit der Directe für die Runden durchziehen. Hast du was dazu? Nein, aber... Bleib dran! Die Story ist noch nicht gut. schon wieder ein aktives echosignal wir erwarten einen hilfsgüter abwurf am spielplatz in der 43 wir könnten ihre hilfe brauchen oder ja danke der vorteil ist er leider noch schnell danach das ist die frage jetzt links schauen wo ja baseball schläger hast du den baseball schläger ist keiner mehr oder warten ich habe nicht so, auf zum kampf ich habe mir jetzt nicht markiert, ob ich eine mal nach ist das andere gebiet störung des waffenhandels oh, was ist da? warte, sind noch welche? ab und zu muss man es mal ziehen lassen oh, pass auf hinter uns, ich mache die hinter uns, du machst die vorne ok hinter uns safe bei uns auch was ist das grüne eigentlich? die grüne fläche das ist die mission hinter uns jetzt? ja, das ist die mission, das ist der hauptersatz ach so grüne dann zum feld vorsicht die rakers handeln in der 46. west mit gestohlenen waffen wir müssen unser material laden also Oh Oh jetzt ist es verteidigen schreck vorrichtet Warnung! Feindkraft in der Nähe an sich! Schreck vorrichtet wurde entdeckt Oh shit! so Das ist ja schon. Oh, sonst haben wir gehen da. Bis die Abschisskummern. Na, das machen wir locker. Vielen Dank Agent, AP übernehmen wir. Na gut, auf zum Nebeneinsatz, oder? Kampf oder Nebeneinsatz? Machen wir Nebeneinsatz, oder? Kampf haben wir jetzt nicht mehr hintereinander gemacht. Ah, jetzt habe ich es wieder abdrückt. Ich bin halb zufrieden mit der neuen Waffe. Pass auf, Gegner. Sie ist stärker, aber hat halt weniger Munition. Also nicht weniger Munition, sondern... ...per Schuss, also Magazin. ... 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 Scheiße! Oh, wo bist du da rausgekommen? Oh, da ist ein Snapper! Im Fenster! Ah, da! Okay, da kommen wir nicht drauf. Ist aber gut gemacht mit den verschiedenen Wegen. Okay. Ja. 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 Das ist hoi. Gegner. Du gehst in die falsche Richtung über eins. Ich bin nicht mit dem Vorschlägen. Mir ist zwar angezeigt, habe ich. Ja. 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 Was ist das? 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 Software explotiert? Okay Was ist das? hinter uns ist das der einsatz hinter uns ist nämlich auch was ich bin gleich tot sie können sein ich bin tot das war jetzt zu heftig ah der kopf ist weg dies war zu heftig von links von rechts von überall laut aufzeichnungen ist dieser bereich sicher ein versuch noch oder vorgewählten ja das wollen wir die patrouillen da waren sie entfernen sich aus dem sicheren bereich ich glaube ich schaue auch noch auf das aber beim nächsten mal wenn ich nicht gut ich verwende jetzt schon so teilweise so selten ich hebe die auch für notfälle aber da hast du eh welche mit oder? wir haben da rüst aus hab ich nicht mehr, hab ich alle weg ach so oh 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 macht man sagen ich habe keine anzeige hinter uns oder sind hinter uns welche ich sehe dann zwei ich hoffe die kommen nicht alle kommen da jetzt was war das jetzt ich habe gewusst die kommen daraus beim eingegangen haben eine schockanate hingeschickt ok auch scheiße die anzeigen hinter uns ich habe gewartet auf den kompfer ein letzter versuch noch ja mir war nur blöd das war jetzt schon vor mir weil ich den schilden wollte waffe war für meinen ich habe keine andere wozu ist alle verkauft ich habe alle weg auch nicht in der lager na schon längst habe ich direkt schon kurz nachdem ich das getestet habe ich dann weggegeben ok gut du musst aber auch viel geld haben zum kompakt verkaufen sage ich mal beim händler ja ja das mache ich jetzt mal anschauen welche es jetzt auf die ganzen händler mal anschauen wer bietet das beste ja ich habe zu spät gesehen dass da hinten mit nur einem schuss gar nicht mehr sonst hätte ich es geschafft das wollte ich nicht shit Oh, ich bin angehittet worden von irgendwem. Ich bin zu nah dran, ich bin zu nah dran. Ich mach mit einem Schuss halt 2200. Ja, auf jeden Fall ich's mal hier. Jetzt müssen wir aufpassen, dass die nicht von woanders aufkommen. Ja, ich bin eh hinten, ganz hinten. Hinter dir. Ich glaub die sind nicht von seitlich gekommen, die haben uns einfach nur überlaufen, glaub ich. Ne, ich hab zwei Handzeigen gehabt. Ne, aber zum Beispiel da sind jetzt auch alle rechts und alle links vorbeigelassen. Sehst du, jetzt kommt's von der Seite. Genau. Das ist jetzt der zweite Schub. Ja, wir waren schon beim zweiten Schub. Ja, aber der kommt ja erst, wenn der erste Schub weg ist. Okay. Wir haben ja jetzt erst noch nicht alle. Man kann lesen, dass es eine Patrouille war. Ich hab leider nicht gesehen, wie viele Gegner es waren auf dem Auto. War leider beim ersten Schussgericht down. Oh. Oh, jetzt kommt die Leap, der auch macht. Oh. Oh. Oh, wie viele werfen die da auch, Alter. 않았 klark. Ja. Oh, das kommt überhaupt an. Eine Phase. Oh, sehr schön. Nice. Genia. Danke, wir haben die Straße geräumt, sozusagen. So. Gut, dann war's das mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nächste kommt bestimmt. Haut rein. Ciao.